Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der neuen Bude. Willkommen zur ersten von fünf Folgen, die sich ausschließlich mit Turbostart beschäftigen werden. Ähm, tut mir leid, aber ich muss mal jetzt ganz kurz einen Stift holen, denn ich komme langsam durcheinander, weil ich hier eben alles in Folge aufnehme von dem Projekt. Da kommt ja die Liste von dem einen Video, das ich nicht hochladen werde, vom originalen Adventskalender-Projekt, die gerade direkt neben mir liegt. Sehr praktisch, damit ich draufschreiben kann, benötige ich nur noch einen Stift. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Ich notiere mir hier jetzt halt hin und wieder mal, welchen Tag ich hier gerade aufnehme, denn jetzt sind wir ja am vierten und legen mit Turbostart los. In den ersten drei gab es eigentlich keine enttäuschende Folge. Und jetzt mal gucken, wie es hier mit Turbostart weitergeht. Das Artwork finde ich irgendwie cool. Und Warblue ist eh cool, Junge. Guckt's euch an, guckt's euch an! Schneebedeck, eine Offensivweste, Routena, Kailbless auch cool, Magnetio und... Ich frage mich, wann es mal eine Ausnahme geben wird, dass in einem Pack eine besondere Karte ist, in dem keine zwei Rares sind. Aber in den zwei Rares sind, hatte ich bisher immer was Besonderes. Zum Beispiel... Schon ein Florges-Holo-Turbostart... Leute, ich habe hier in Folge gerade, ähm, wie viele sind's, elf Packs geöffnet. Und das reicht, damit ich eine fucking Turbo-Karte doppeltziehe. Seems legit. Wahrscheinlich schön läuft bei mir. Letztes Pack für heute. Ich bin gleich raus hier. Eigentlich nicht. Ich nehme hier ja so ziemlich alles in Folge auf. Hier haben wir ein bisschen was ohne Richter. Cool. Und hier haben wir nicht die Ausnahme, aber Nivell-Tal-Holo ist auch cool. Ja, hier nochmal von näherem Fall ist cool, das Artwork. Wir sehen uns in der zweiten der ganzen, ähm, äh, äh, Turbostart-Folgen. Wuuuuh! Bis dann! Wir sehen uns jetzt hier in der zweiten L Здесь. Ich nehme hier an, wir sehen uns langsam gemeinsam. Und ich nehme die인кі grades. Und ich nehme dieây chose. Dann mache jetzt mal nmal das auch ein 그림 ist.